Fotografen mit einer GFX, mit einer Sony Alpha 7 Kamera oder mit einer Nikon Z Kamera. Aufgepasst, denn SmallRig hat mal wieder nicht enttäuscht. Und zwar, sie haben die Rotating Plate, die es bisher eigentlich nur für Sony gab, eben auf andere Marken inklusive Sony gebracht. Und da wäre sie jetzt hier zum Beispiel an einer GFX. Ich bringe das nochmal ganz kurz sozusagen als Recap, weil wir haben schon ein Video über die Julanzi S63, also für die Sony, eine Rotating Plate gebracht. Das ist eine Stativplatte, die sozusagen an der Kamera befestigt wird, wobei ich glaube eher die Kamera wird an der Platte befestigt. Und dadurch, dass man jetzt eine rotierende Platte hat, kann man die Kamera hier ins Hochformat bringen, als auch ins Querformat bringen. Man verliert dadurch nicht den Schwerpunkt. Das können wir uns mal angucken. Ich bin ja ein Fan von Kugelköpfen. Und wenn man bei Kugelköpfen die Kamera ins Hochformat bringt, dann braucht man entweder eine Bracketing-Schiene, um sozusagen das Gewicht an der Kamera umsetzen zu können. Anders muss man nämlich dann einfach den Kugelkopf zur Seite klammern. Und das verlagert das komplette Gewicht. Und das ist nicht so richtig schön, weil wenn man da so ein bisschen was loslöst oder ein bisschen weniger Friktion hat, dann kippt oftmals die Kamera komplett runter. Bei dieser Rotating-Plate ist es halt wunderschön, dass das vom Gewichtsverlagerung oder vom Gewichtsschwerpunkt viel besser zentriert ist und hier auch das Objektiv einfach deutlich, deutlich, deutlich angenehmer positioniert ist. Man sieht es hier an der Nikon-Kamera. Das ist jetzt eine Z7, glaube ich, mit einem 28-75. Und das Ganze steht hier einfach auf dem Tisch, so dass man auch wirklich sehen kann, dass der Mittelpunkt hier relativ gut und harmonisch liegt. Bedeutet, dadurch, dass die Platte so ein bisschen nach vorne geht, wird das Gewicht des Objektives ein bisschen mit eingerechnet und man hat gar nicht mehr so dieses wegkippende Stativ, was man oft hat. Das Ganze ist, wie Smallvik immer, wirklich schön gemacht. Man hat hier eine Fixierung vorne, wo man die Drehung eben ermöglichen kann. Die Drehung ist schon relativ stark mit der Friktion. Also das heißt, man braucht schon ein bisschen Kraft, die dreht sich nicht von alleine. Und man kann das aber auch natürlich locken und dann bewegt sich gar nichts mehr. Das Ganze ist mit Arca Swiss unten mit verschiedenen Aufnahmegrößen hier, um noch andere Platten ranzubringen. Man kann die Kamera natürlich auch komplett entfernen. Jetzt muss ich wieder losmachen. Man kann die Kamera auch komplett entfernen. Dazu hat man hier verschiedene Achsen, wo man den Kamerapart hier verändern kann. Und diese Kameraplatte, worauf sozusagen jetzt die gerade befestigt ist, ich mache es einfach mal, ich fahre es jetzt mal raus. Man kann es einfach rausziehen. Das hier ist auch eine Arca Swiss Platte. Bedeutet, man könnte jetzt, wenn man es braucht, auch wirklich die Kamera so auf dem Stativ packen mit Arca Swiss und müsste da nicht großartig dran rumbasteln. Wunderschön verarbeitet, mal wieder die Geräte wie bei Smallvik oft üblich. So kleine Schräublein oder einen Imbusschlüssel hier unten mit Magnet dran. Das heißt, dass man das auch immer dabei hat. Das Ganze in allen Achsen fixierbar und arretierbar. Das ist einfach rundherum wirklich toll und schön geworden. Wir haben bisher kein Objektiv gefunden, was nicht hier aufgesetzt werden kann. Es ist so, dass es ein bisschen mehr Spiel hat als die Yulanzi-Platten, die man bisher hat. Das heißt, also ein bisschen größer gebaut. Und wenn man hier bei Nikon guckt, dann ist auch von der Z8 bis zur Z5 jede Kamera möglich hier mit der Verwendung. Und das Ganze ist nicht einfach nur irgendeine Platte auf verschiedene Kameras gebracht, weil hier an der GFX hat man am Ring zum Beispiel einen Push-Button, der das Objektiv, das Bayonet auch entriegelt. Das heißt also, man hat hier auch die Möglichkeit, diesen Push-Button, der durch diesen Ring eigentlich verdeckt ist, den kann man über einen extra Knopf, der hier sich am Ring befindet, auch drücken. Und das ist einfach wunderschön durchdacht. Ich möchte das absolut nicht mehr hergeben. Bisher gab es es wirklich nur von Yulanzi oder von eigentlich, glaube ich, dem gleichen Hersteller für Sony. Ich habe keine wirklich großartigen Alternativen hier gesehen. Und jetzt gibt es das Ganze eben halt auch schon für GFX und für Nikon. Und jetzt muss noch Kennen kommen. Jetzt muss auch noch vielleicht Panasonic kommen. Aber ich denke, das Ding ist so genial. Und das ist vom Prinzip her einfach wirklich grandios, dass es auch noch eine Frage von ein paar Wochen ist. Und dann wird es das sicherlich auch für andere machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.